Wir haben jetzt mehr Informationen über die neue Umverteilungsmaschinerie, die Habeck und seine Leute da geplant haben, um Leute zu zwingen, auf eine Wärmepumpe umzusteigen. Manche werden jetzt sehr schnell dazu gezwungen, anderen gibt man noch mehr Zeit, aber letztendlich in so und so vielen Jahren ist der Zwang dann wirklich unausweichlich. Es gab jetzt eine neue Studie, die angefertigt wurde für die Springerpresse, genauer gesagt die Welt, und da werden sogar richtige Beispielrechnungen gezeigt. Also für wen es sich tatsächlich jetzt lohnen würde und wer vielleicht noch besser warten würde. Es kann sogar sein, dass man erstmal mehr Geld quasi bekommt vom Staat, als man mehr ausgeben muss für gesteigerte Öl- und Gaspreise. Ist ganz interessant. Zunächst aber die Horror-Stories oder was wir einfach so mitbekommen haben. Also beispielsweise haben wir eine klassische Ölheizung. Ja, das ist so ein riesiger Stahltank, der einen eigenen Raum hat. Und da führen die Rohrleitungen zu einem fetten Kasten, auf dem sitzt noch ein fetter Kasten und da sitzen dann noch ein paar Anbauteile noch drumherum. Funktioniert wie eine Eins. Wir können die Heizung aufdrehen, wenn wir wollen, egal wie kalt es draußen ist, minus 15 Grad, vollkommen egal. Wir können sagen, wir wollen 20 Grad Raumtemperatur. Raumtemperatur oder 22. Easy. Und das heißt, selbst als die Preise noch besser waren für Heizöl, haben wir jetzt eigentlich keinen Anreiz gehabt, jetzt auf 25 Grad Raumtemperatur zu heißen oder 30. Also es gibt eigentlich keinen richtigen, es gab keinen richtigen Anreiz für Verschwendung. Die meisten Leute sind happy mit 20 Grad. So, und jetzt haben wir natürlich hier in unserem Haushalt, waren wir natürlich auch erstmal verunsichert, als die Meldungen kamen von diesem Heizungszwang und Heizungsverbot. Das heißt, man darf jetzt bald nächstes Jahr keine neuen Gas- und Ölheizungen mehr einbauen, sollte man jetzt noch schnell, schnell irgendwie so eine neue Anlage machen. Und anscheinend, wenn man mehrere Leute hier im Haus hat, lohnt sich das erstmal nicht. Und anscheinend will man hier verhindern, dass zu viele Leute zu schnell zu sauer werden und denen das Ganze hier um die Ohren fliegt. Okay, jetzt haben wir uns hier mal umgehört, in unserem Umfeld, also jeder, der irgendwie eine Solaranlage sich aufs Dach hat machen lassen oder eine Wärmepumpe installiert hat und so und was Leute damit so für Trouble haben. Was war das eine Beispiel? Jemand, also eine Familie, die wir kennen, haben praktisch hier so eine Wärmepumpe, richtig, und Fußbodenheizung. Aber wie gesagt, die Bedienung ist zu kompliziert, richtig? Ja genau, also es ist auch ein Altbau gewesen, der aber nachher also komplett saniert wurde. Alles auch gedämmt, Fußbodenheizung überall rein, Dach, also alles wirklich von oben bis unten gemacht, Solaranlage aufs Dach in Kombo dann mit Wärmepumpe. Aber die Frau meint also, sie wäre absolut Fakt, wenn dem Mann mal was passiert, weil sie versteht nicht, was man da wann wo gucken, schalten, überprüfen muss. Ich weiß jetzt nicht, wie begabt sie jetzt da technisch ist oder auch nicht, aber es scheint, also ich meine, die Heizung unten bei uns, die kannst du wirklich jedem erklären. Da gibt es eigentlich nicht viel, was du falsch machen kannst. Ja, die Anleitung ist jetzt nicht die beste, aber wenn du dir deine eigene schreibst und du weißt, was die Buttons bedeuten und sowas. Aber ich habe das schon mal gesehen hier bei dem größten Tech-Youtuber von Linus Tech Tips. Der hat also sich ein neues Haus gebaut und wollte alles perfekt machen. Also richtig öko und zentral gesteuert und überall halt seine Control Panels und so. Und das Ergebnis war, sein Kellerraum, also wo vor allem seine ganzen Computer stehen, der hat, wie ich gedacht, er macht einen Serverraum. Also nicht einfach einen PC in jeden Raum stellen, sondern er ist besonders cool, hat einen Raum mit seinem ganzen Equipment und dann ist das ganze Haus damit verkabelt. Das Problem ist, der Serverraum ist so heiß, dass seine Komponenten früher oder später abrauchen. Das heißt, er hat sich dann überlegt, könnte er nicht die Hitze in dem Raum umleiten, um seinen Außenpool damit zu beheizen? Das klingt ja recht schön, aber im Prinzip ist das so nicht machbar. Das heißt, der Pool wird dann immer zu kalt bleiben. Er braucht prinzipiell eine andere Lösung für den Pool. Und der Serverraum ist immer noch zu heiß. Also eigentlich würde man sagen, wenn jemand halt so einen technischen Bedarf hat, dann installiere halt wirklich eine Art Klimaanlage in dem Serverraum. Koste ich halt Energie, wie auch immer die produziert wird. Du kühlst den verdammten Serverraum und dann beheizt du deinen Pool und der sitzt in Kanada. Man kann sich mal vorstellen, wie es halt eben ist, einen Swimmingpool in Kanada zu haben. Selbst mit einer normalen Wärmepumpenheizung für einen Pool kämpfst du da wahrscheinlich gar nicht zurecht, oder? Ich meine, wir hatten uns ja in Corona-Zeiten, in den Lockdowns, hatten wir uns halt so einen Aufstellpool da besorgt. Und haben uns da ein bisschen schlau gemacht, wie das eigentlich ist mit Poolheizungen. Und das Interessante ist, der Wirkungsgrad ist eigentlich oftmals so mies, eine Poolheizung funktioniert am besten, wenn es draußen 30 Grad im Schatten sind. Und da ist das Wasser meistens halt, wenn du da so eine Folie oben drauf legst, ist das Wasser meistens eh angenehm. Aber wenn es jetzt 25 Grad Lufttemperatur ist, oder sogar ein bisschen drunter, und du möchtest halt trotzdem mal in den Pool steigen, wenn jetzt halt nicht gerade spektakuläres Wetter ist, vergiss es. Da dauert es mehrere Stunden, ich glaube, fünf Stunden, je nach Heizungsgröße, dauert es Stunden, um das Poolwasser um einen Grad zu erhöhen. Also die Temperatur um einen Grad zu erhöhen. Also das war so das eine, die einen Sachen, die wir so mitbekommen haben. Dann war, glaube ich, ein Nachbar, der jetzt seine Haushaltsgeräte timen muss. Ja, genau, das ist auch hier in der Umgebung. Und die haben sich jetzt für 17.000 Euro haben die sich jetzt Solar aufs Dach machen lassen und mit Speicher eben. Speicher ist ja immer das Teure, die Panels gar nicht so. Aber der Speicher und damit sie möglichst Sonnenenergie nutzen, also die Solar, die eben aktuell erzeugt wird und nicht Energie aus dem Netz und auch nicht aus dem Speicher, sondern was gerade frisch erzeugt wird, Genau, timet man jetzt halt die Waschmaschine, Geschirrspüler, also so größere Verbraucher und so. Aber es ist einfach nicht praktisch. Also ich denke es mal bei uns auch immer wieder, ich muss dann waschen, wenn ich Zeit habe. Und wenn einfach gerade Bedarf da ist bei vier Mann mit Hund, das geht einfach nicht. Also es ging schon, aber es wäre halt wahnsinnig kompliziert. Wieder zusätzlich an etwas denken, es kompliziert einfach den Alltag. Und das ist das Letzte, was du brauchen kannst. Oder dann ist noch jemand, das ist eine Familie, das heißt wir sind, wenn du bekindert bist, also wenn du Kinder hast, dann kennst du automatisch andere Familien mit Kindern, haufenweise. Das ist einfach so. Es ist einfach so ein bisschen so ein Disconnect zwischen Eltern und Non-Eltern. Und gerade bei den Familien, wenn die halt dann einfach mehr Platz brauchen und so, ist das Thema natürlich dann unglaublich heiß, natürlich mit Heizung und Dämmung. Das heißt, wir kennen da noch eine Familie, die haben erst, was ich alles mögliche, renovieren lassen, vor allem Böden. Aber das Haus ist eigentlich ein älteres Baujahr. Und jetzt stehen sie halt vor der Frage, ob die ja den ganzen Käse wieder rausreißen müssen, im Boden und so weiter. Also das ist auch so eine Sache, wo man sich dann denkt, die denken, sie haben ihr Haus renoviert. Sie haben halt vernünftige Heizkosten. Ich weiß jetzt gar nicht, wann das angefangen hat, dass man das tatsächlich so festgelegt hat. Aber das ist, glaube ich, acht Jahre her, dass die jetzt den ganzen unteren Stopp neu gemacht haben. Eben nicht Fußbodenheizung, aber halt schon moderne Heizkörper, aber keine Fußbodenheizung. Aber das kann ja auch funktionieren. Du brauchst nicht immer unbedingt Fußbodenheizung. Ist zwar besser, aber es geht ja scheinbar auch mit anderen Heizkörpern. Heizkörpern, also in manchen Fällen. Aber gut, wenn du ein Hausbaujahr 1960 hast und dann ungedämmt, dann wird es, ja, also wird es wahrscheinlich schon schwierig werden. Ja, und wenn wir jetzt hier aktuelle Beispiele uns anschauen aus Britannien, die in der Presse berichtet wurden. Selbst wenn du jetzt halt eben dann richtig dick Polystyrol oder was verwenden die da? So eine Art Styropor oder Polystyrol oder irgend sowas. Wenn du jetzt halt dann eben richtig fett das Zeug an die Außenwände dran klebst, heißt das immer noch nicht automatisch, dass du dann halt einfach ein Leben hast wie früher. Also dass du sagen kannst, du hast immer 20 Grad, auch wenn du morgens aufstehst, sind 20 Grad. Auch wenn es draußen minus 10, minus 15 Grad sind. Wenn es draußen richtig kalt ist, hast du innen trotzdem 20 Grad. Es kann sein, dass du trotzdem den ganzen Aufwand dann halt 17 Grad hast, wenn alles hochgeheizt ist. Morgens ist dann alles kalt und es ist nie angenehm. Und du hast nie die Freiheit zu sagen, ich mache es jetzt mal ein bisschen molliger. Weil ansonsten schießen die Kosten halt unglaublich in die Höhe. Und einige Leute in Britannien waren jetzt so die Early Adopters, bekamen also so eine Art 5.000 Pfund Gutschein oder so eine Art Rabatt hier, wenn sie sich halt jetzt schon eine Wärmepumpe anlegen, zulegen. Und eigentlich sollten 30.000 Stück schon installiert sein im ersten Jahr von diesem Förderprogramm. Es sind aber weniger als 10.000 installiert worden. Und diejenigen, die das haben installieren lassen, haben eben diese Horror-Stories zu erzählen. Ja, also das heißt, gerade dann, wenn du diese Wärmepumpen am meisten bräuchtest, bei kaltem Winterwetter, funktionieren die halt schlecht. Also je nach Hausisolierung und so. Die Heizkörper sind vielleicht nicht groß genug, um so um die Wärme abzugeben. Also genau dann, wenn es halt wirklich kalt draußen ist und du willst halt drinnen einigermaßen es okay haben, genau dann ist der Wirkungsgrad von den Wärmepumpen unglaublich schlecht. Ja, also manche kennen das von den Poolheizungen, die ja fast identisch funktionieren vom Grundprinzip her. Also wenn es halt 30 Grad Lufttemperatur hat, dann ist der Wirkungsgrad von der Poolheizung am besten. Aber dann brauchst du die Poolheizung aber eigentlich auch gar nicht so richtig. Wenn die Luft aber nur 25 Grad hat oder ein bisschen drunter, müht sich das Gerät ab und braucht Stunden, um das Wasser nur um 1 Grad zu erwärmen. Also da bringt dir die Heizung gar nicht mal sonderlich viel. Und gerade bei uns oder sowas. Oder Linus Tech Tips, der größte Tech-Youtuber in Kanada, wenn er einen Pool haben möchte. Ich meine, es gibt auch quasi Gasheizungen für den Swimmingpool. Ich meine, stellen wir uns mal vor, wie ist das in den großen Schwimmbädern mit den Außenpools? Die Außenpools sind warm. Die sind echt angenehm warm, obwohl die ganze Zeit Wärme natürlich dann abgegeben wird an die Luft und verschwindet. Aber man kriegt das einfach heiß genug, das Wasser. Und ich meine, so extrem braucht man es ja nicht machen zu Hause oder sowas. Aber wenn du halt sagst, du willst einen eigenen Pool haben und so weiter und so weiter. Und dann wäre es das Einfachste auf der Welt. Du hast einfach wieder mehr so einen Gasbrenner, der dir einfach dann das Wasser irgendwie halt erwärmt. Und stattdessen hast du halt einfach so einen Kasten, einen brummelenden Kasten. Denn das Wasser, das reingeht, ist dann praktisch zwei Grad kälter als das Wasser, das rausgeht. Also ja, das Wasser, das reingeht, ist kälter als das, was dann rausgeht. Ja, und dann kann man sich dann ausrechnen in der Tabelle, wie lange dauert es, bis der ganze Pool ein Grad Wärme ist und dann noch ein Grad Wärme ist. Das ist echt nicht fun. Ja, und wir haben es auch mal gesehen, glaube ich, unser, was war das, unser Tierarzt, glaube ich, oder? Da waren wir doch bei so einem Tierarzt und die hatten ihre kleine Praxis genau da, wo sie wohnen. Und die hatten dann... Zwei Wärmepumpen hatten die. Ja, genau, die hatten so ein Fest... Der war jetzt nicht furchtbar groß, also was ich mich erinnere. Ja, das heißt, das war halt schon eine schöne Installation. Also die war halt komplett im Boden versenkt und halt schon gut gemacht und so. Ist jetzt kein Aufstellpool gewesen, aber die haben dann gesagt, nach der ersten Heizung brauchst du eine zweite. Ansonsten ist es ja einfach immer kaltes Wasser und es ist unangenehm. Und du willst halt, wenn du nach der Arbeit kommst oder was, du willst dich einfach in ein angenehmes Wasser setzen und damit Spaß haben. Ansonsten bringt es dir nichts, ja. Ansonsten ein kalter Pool ist ja eigentlich pure Folter. Ja, also dann haben wir hier Peter Taylor aus Cheltenham in Gloucestershire, Elektroingenieur im Ruhestand. Er erbte quasi zwei Wärmepumpen, als er vor neun Jahren sein jetziges Anwesen kaufte. Er sagt, Luftwärmepumpen sind nutzlos, wenn die Außenlufttemperatur zwischen minus 1 und 3 Grad plus liegt und die Bedingungen neblig und feucht sind. Führen dazu, dass die Außenventilatoreinheit immer wieder vereist, was dazu führt, dass nicht genügend heißes Wasser zum Heizen des Hauses zur Verfügung steht. Also das war mir komplett neu, dass diese Dinge vereisen. Hast du das gewusst? Doch, doch, das wusste ich, dass dann auch Energie aufgewandt werden muss, um die zu enteisen, ja. Also, aber du stehst es nicht da mit einem Föhn daneben, sondern es ist quasi in der Einheit mit drin, oder was? So, wie ich es verstanden habe, ja. Also ich lese mich da jetzt auch gerade erst ein, weil uns das jetzt auch betrifft, aber... Okay, also, ähm, ja. Nee, es ist halt einfach dann so eine Sache, die man halt bedenken muss. Das heißt, du hast wieder mehr zu managen. Du musst halt wieder schauen, musst du das selber managen, das Ding zu enteisen, oder musst du da hinterherlaufen, oder ist das dann alles vollautomatisiert? Who knows? Dann, Chris Wiggin, ein 79-jähriger Ingenieur im Ruhestand, kaufte vor fünf Jahren sein Bungalow mit vier Zimmern in der Nähe von Bishop's Cleve in Clotestershire. Er merkte bald, dass die Wärmepumpe die Heizkörper nicht überhand warm erwärmen konnte. Er verbrachte den größten Teil des Herbstes 2018 frierend in dem Haus, das er mit seiner Frau Linda teilt. Ich hatte die Wahl, sagte er. Ich könnte die Heizkörper durch größere ersetzen oder eine Fußbodenheizung einbauen, was das wohl kostet. Aber er entschied sich für keines von beiden, sondern für einen Gaskessel. So, und die modernen Gasheizungen sind ja relativ klein. Ich weiß es ja bei meiner Mutter. Das Ding ist winzig. Das ist ja wie so ein Mini-Kühlschrank oder sowas in dem Format. Und die haben dann ja, das heißt, der hat sich jetzt da so ein Ding angeschafft, alten modernen Gaskessel angeschafft, und blam, hat jetzt halt immer wieder angenehme Temperaturen. Fertig aus. Kein Hassel, alles easy. Steve Mason, 58 Jahre alt, hatte tausende Pfund für sein brandneues Wärmepumpensystem ausgegeben und sagt, er habe gesehen, wie seine Rechnungen in die Höhe geschossen sind, obwohl sein Wohnzimmer nur 14 Grad Celsius hat und er in Schichten warmer Kleidung sitzen muss. Er sagt, das hat nicht mal den Vorteil, dass es umweltfreundlich ist, weil wir im Winter dann die ganze Zeit Holzscheite auf das Feuer legen, um warm zu bleiben. Und dann haben wir auch schon mal überlegt, ob wir uns so ein Holzding halt hier reinstellen. Einfach nur vorfahren. Ich meine, unten ist sowieso noch ein alter, ja, aber halt ein, wie heißt das Ding, Kachelofen, genau. Und die müssen ja auch irgendwann stillgelegt werden, oder? Boah, das weiß ich jetzt noch gar nicht. Aber es ist anscheinend so, dass Holz tatsächlich, also wenn wirklich alles mit Holz heizt, was mir schon auch einleuchtet, dass du echt Unmengen an Feinstaub produzierst. Naja, es ist halt so, dass wir kennen ja noch eine Familie, die wir kennen, die haben, glaube ich, jetzt vier, fünf verschiedene Sachen. Die haben Solar, die haben eine Wärmepumpe, die haben Gas und einen Kachelofen auch noch, Verbrenner so ein Holz. Und das heißt, du hast nicht nur eine einzige Sache zu managen und irgendwie zu bezahlen, sondern du hast halt vier Sachen, fünf Sachen, die du im Blick haben musst, und halt eben auch noch dann Holz hacken darfst. Also das hört man ziemlich häufig jetzt aus Großbritannien bei den Early Adopters, dass die halt, also ohne Kamin oder ohne Holzofen sind, die einfach nur im Eimer. Dann eine andere Frau meinte, dass der Thermostat bei 17 Grad liegt. Ihre Rechnungen wären deutlich teurer, wenn sie es höher dreht. Das hört man auch recht häufig. Also die sagen, 17 Grad ist mies. Also das ist schon, also das ist knapp unter dem, was du beim Schlafen eigentlich haben solltest. Also wir selber zielen, glaube ich, immer so eher so auf die 20 Grad ab, richtig? Ja, also ich habe im Winter gesagt, okay, wir machen da jetzt von mir aus auch mit, weil mir leuchtete das schon ein, dass also allein um Putin zu bestrafen oder wer auch immer, dass man da einfach Energie sparen sollte. Haben wir gesagt, also ich habe mir so einen riesen Poncho gekauft. Ja, das ist so ein modischer, kuscheliger Poncho. Unsere Tochter fand den so cool, dass sie den auch wollte. Ja, klar kann man da, kann man da natürlich hier ein bisschen was, ein bisschen was optimieren, aber wenn man jetzt festgenagelt ist auf 17 Grad immer. Das ist ein bisschen archwenig. Also 19 lag bei mir jetzt, also 19, also ich fand den Winter jetzt okay. Also bei so 19 Grad rum mit meinem Poncho, das hat schon funktioniert, ne? Ja, vor allem egal, ob es draußen minus 10 ist, du hast immer noch drin 20 Grad, ohne Probleme. Das heißt, du hast jetzt nicht so den Gedanken, uh, weißt du, wie Range Anxiety, wenn du mit einem Elektroauto fährst oder sowas, dass du denkst, komm ich noch zum nächsten Ding, komm ich zum nächsten Ding. Hier hast du dann quasi 17 Grad und du weißt, du darfst nicht drüber hinausgehen, sonst wird es halt wirklich böse teuer. Das ist genauso wie mit dem Elektroauto, wenn du sagst, okay, du willst jetzt mal 160 oder 180 fahren. Oder mal irgendwas mit China und Wohnzimmer und 17 Grad. Ja, da hat es, glaube ich, der Staat auch vorgeschrieben, das 17 Grad. Das heißt, wir sind bald auf dem chinesischen Niveau anscheinend. Und ja, das ist, und beim Elektroauto, da wurden ja Tests gemacht, auch mit halt teuren Elektroautos. Wenn du jetzt wirklich mit 180 Sachen bomben willst auf der Autobahn, was einfach sonst kein Problem wäre, da ist ein Akku halt leer. Also teilweise innerhalb von einer Stunde oder so. Range Anxiety und jetzt hast du natürlich noch Wärme- oder Heat Anxiety. Dann, Rita Trotman, 76 Jahre alt, lebt mit ihrem Mann Eric in einem umgebauten Bunkerloh in der Nähe von Torkay in Devon. Sie hatten vor vier Jahren eine Wärmepumpe installiert, mussten aber fünf Monate auf eine Reparatur warten, nachdem sie im November ausgefallen war. Was bedeutet, dass sie abends Decken verwenden mussten, um sich warm zu halten? Wow, das war mir auch nicht bekannt. Also, dass die Technik und... Das weiß ich. Also da zum Beispiel, bei den einen, die haben ja ihre Solaranlage erweitert und da ging dann der Speicher kaputt, weil es hieß irgendwie, ja, die zwei Solaranlagen, die müssen zusammen funktionieren und speisen den einen Speicher oder zwei Speicher. Auf jeden Fall muss das irgendwie in Kombo funktionieren und beim Einbau der neuen Anlage hat sich dann herausgestellt, dass eben anders als die ursprünglichen Aussagen, die nicht erweiterbar ist, die eine Solaranlage. Und dann ging der Speicher kaputt und jetzt ist irgendwie drei Monate Wartezeit, bis der neue Speicher kommt, ne? Du liebe Zeit. Dann ein Ingenieur im Ruhestand, der in einem Haus in Tenby, Südwest Wales lebt, sagte, dass es ihnen ein Vermögen kosten würde, sich ausschließlich auf eine Wärmepumpe zu verlassen. Er sagt, wir haben zwei Schornsteine, also habe ich einen holzbefeuerten Backboiler und einen holzbefeuerten Herd installiert, um das Haus zu heizen. Schon in Ordnung, meint er, aber er verbringt jetzt drei Stunden pro Woche, damit Holz zu hacken. Wir wachen jeden Morgen in einem kalten Haus auf, also müssen wir wie früher Fleece und zusätzliche Schichten anziehen. Wow. Dann Ian Howard und seine Frau Carol, 59, leben mit einer ukrainischen Flüchtlingsmutter und der ukrainischen Tochter in New Elresford, Hampshire. Er installiert eine Wärmepumpe, benötigt aber zwei Holzbrenner, um halt seine Haus, seine Behausung warm zu halten. Howard fügte hinzu, du könntest genauso gut in einem NASA-Raumschiff sein, wenn es um die komplizierte Steuerung geht. Also die Flüchtlinge haben sich schon beschwert, hieß es in der britischen Presse, dass es dann schon echt kalt ist bei ihm. Also wenn Ukrainer, du weißt, wenn flüchtende Ukrainer schon sagen, das ist aber echt mies hier. Ich meine, dann... Die Ukrainer heizen viel mit Holz, was ich gehört habe, auf dem Land eben. Und in der Stadt läuft überall, also liefen überall Generatoren, wegen dem massiven Ausdruck. Ja, ja, aber jetzt so vor dem Krieg, ich meine, das Thema Heizen war jetzt das größte Problem in den Köpfen der Leute. Du hast dann einfach geheizt und fertig. Also das heißt, selbst in einem gut isolierten Haus, heißt es, wenn man die Heizung auch nur leicht aufdreht, also Wärmepumpe, kostet ihn das ganze Jahr über 10.000 Pfund. Also absolut utopisch. Und er kriegt zwar einen Teil, glaube ich, wieder zurück, aber er sagt, er will einfach auf Gas, er will einfach auf Gas umsteigen, weil, wie gesagt, Wärmepumpe, es ist einfach miese Leistung und er muss zusätzlich auch zwei Holzöfen verwenden, um halt das Haus insgesamt warm zu halten. Also er sagte, Wärmepumpe kostete mich in den letzten zwei Monaten jeweils etwa 660 Pfund. Für eine Wärmepumpe. Okay. Also, und dann haben wir noch zu guter Letzt, jetzt hier dieses Umverteilungssystem, was geplant ist, hier von Habeck. Also, wenn man jetzt zu viele Leute zu schnell zwingen würde, auf eine Wärmepumpe umzusteigen, dann wäre das ein Fiasko. Also, die ganzen Probleme, die wir jetzt schon angesprochen haben, es gibt, also die Geräte sind immer noch zu teuer, die werden irgendwann mal billiger. Ersatzteile, dann der Stromverbrauch und so, also der, wenn man es von heute auf, ja, Wirkungsgrad, dann Stromverbrauch, Strompreise sind gerade mies. Also, wenn man jetzt alle gleich zwingen würde, das wäre ein gigantisches Fiasko, was denen so um die Ohren fliegen würde, politisch. Das heißt, da könnte es so ein Backlash geben, dass die Leute dann wieder massenhaft umsteigen auf Gas und Öl und dass es einfach nicht mehr politisch tragbar wäre, die Leute zu zwingen, halt hier mit einer Wärmepumpe zu arbeiten. Ich meine, es ist kein warmes Land. Wir haben jetzt sechs Monate schlechtes Wetter hier gehabt. Ich meine, es gibt andere Länder, da hast du halt, was weiß ich, Wasserkraft oder du hast halt so viel Sonne die ganze Zeit, dass sich halt Solar vielleicht besser lohnt und so. Oder die Strompreise sind geringer, anscheinend. Ja, woanders sind die Strompreise. Es ist egal, ob du jetzt die Wärmepumpe mehr laufen lassen musst. Ja, oder in Europa gibt es einige Länder oder einige Gegenden, die sind einfach wärmer. Ich meine, in Italien oder in Spanien, Portugal, du wirst jetzt nicht so viel heizen müssen. Also warum? Also die Häuser, die ich kenne oder wo ich da gewohnt habe, die hatten überhaupt nie Heizung. Da gibt es keine Heizung. Es gibt auch häufig gar nicht mal mehr Fensterscheiben, sondern das sind einfach nur Ja, das schon. Das schon. Ja, aber Fensterscheiben sind jetzt nicht so zwingend überall wie Subtropen schon, aber kein Haus, in dem ich da gelebt habe, hat eine Heizung. Du hattest manchmal einen Kamin für abends, aber sonst. Also das heißt, Einbauverbot für neue Gas- und Ölheizungen ab dem kommenden Jahr. Das heißt, viele fragen sich jetzt, sollen sie neue konventionelle Heizung einbauen jetzt noch schnell oder nicht? Das ist vollkommen unterschiedlich anscheinend. Wir haben jetzt hier die neuen Informationen hier basiert auf einer neuen Studie mit Beispielrechnungen. Also die Politik hat sich eine Umverteilungsmaschinerie ausgedacht. Für die einen lohnt sich Gas und Öl auf Jahre hinweg wohl deutlich mehr. So eine Analyse des Forschungsinstituts MCC in Berlin in der Welt. Also das heißt, je mehr Leute unter einem Dach leben, umso mehr Geld bekommt dieser Haushalt jährlich vom Staat überwiesen als Klima-Ausgleichszahlung. Das heißt, man nimmt den Leuten halt gleichzeitig mehr Geld weg über diese CO2-Bestation, Sonderbepreisung, diese Sonderkosten. Man nimmt den Leuten Geld weg, verteilt es aber dann oftmals wieder um. Man hofft dann, dass die Leute das Geld, was sie dann kriegen, dass sie das halt für nicht klimaschädliche Zwecke einsetzen. So ist das halt im Prinzip gedacht. Das heißt, je mehr Leute in einem Haushalt leben, umso länger solltest du warten mit einer Wärmepumpe. Also so liest man das jetzt da raus. Also EU-Emissionshandel verteuert ab 2027 Erdgas, Benzin und Heizöl. Liter Sprit fürs Auto läge dann bei 2,30 Euro. Liter Heizöl bei 1,50 Euro. Also in etwa fast so hoch wie in der Krise vor Monaten. Sollte eigentlich ein Euro sein oder so oder war lange Zeit so ungefähr ein Euro. Ja, dann 85 Cent. Ja, ja, aber ist dann halt hoch auf 1,60 und so und also so in dem Level wird es dann wieder sein. 1,50 Euro hier für einen Liter Heizöl. Das Gas wäre doppelt so teuer wie vor der Energiekrise heißt es. Aber es gibt die Ausgleichszahlungen pro Person in einem Haushalt. Also auch die Kinder werden da gerechnet. Also das, was man bei den Betriebsstoffen halt mehr zahlen muss, kriegt man einen gewissen Umfang jährlich zurück oder man landet sogar im Plus, wenn man Kinder hat oder weitere Angehörige unter demselben Dach wohnen. Beispiel vierköpfige Familie mit Eigenheim, jetzt nicht in der Großstadt heißt es, bekäme schätzungsweise 3.000 Euro im Jahr überwiesen, hat gleichzeitig um 1.500 Euro höhere Kosten durch die Befüllung des Tanks der Ölheizung. Im Jahr 2036, also nach rund 10 Jahren mit diesem neuen System, 2036 wäre erst der Punkt erreicht, an dem man genauso viel Geld überwiesen bekommt, wie man für die Preissteigerungen da beim Öl zahlen muss. Also der Break-Even-Point. Die Familie könnte also rund 10 Jahre lang die Überschüsse wegsparen und das Geld dann hernehmen für eine Wärmepumpe, die bis dahin deutlich günstiger sein soll als heute. Ich meine, es gibt ja heute schon Subventionsgelder, da haben Leute gesagt, in Britannien das hätte 15.000 gekostet, aber sie bekamen halt irgendwie 5.000 von der Regierung, irgend sowas in der Art. Ja, und wenn die Geräte halt dann in 10 Jahren oder in 14 Jahren, 13 Jahren oder sowas, wenn die Geräte dann billiger sind, dann können sich's rechnen, wenn jetzt halt so Familien dann ein bisschen was wegsparen und kaufen dann sich diese dämliche Wärmepumpe. also man könnte die Überschüsse wegsparen und dann bräuchte man sowieso die Wärmepumpe, weil dann nach relativ kurzer Zeit laufen dann diese Ausgleichszahlungen aus, man kriegt also kein Geld mehr überwiesen und wenn dann die Kinder ausziehen, ja ich meine, würde man sowieso, also wenn die Kinder ausziehen, kriegst du sowieso dann auch weniger Ausgleichszahlungen und irgendwann sind die Zahlungen komplett weg. Ja, und natürlich steigen dann konstant halt Gaspreise, Ölpreise. Das heißt, du kannst ja also dann anscheinend mit so einer Familie hier jetzt noch 13 Jahre Zeit lassen, also ein bisschen mehr und du fährst damit, wieso du fährst damit eigentlich okay, so die Beispielrechnung und man kann jetzt aber nicht einfach nur die ganzen alleinstehenden Rentner in Einfamilienhäusern pauschal abstrafen und kannst jetzt auch nicht diejenigen, also diejenigen ohne Kinder mit viel Platz zu brutal abzocken. Ich meine, die sind natürlich gedrängt, jetzt gleich eine neue Heizung zu investieren, damit sich die Investition im Laufe der nächsten Jahre schrittweise rechnet. Also man denkt sich wahrscheinlich dann, die Leute haben keine Kinder, die haben nicht so viel Extrakosten, können sich halt mehr auf den Beruf konzentrieren und so und dann sollen die halt jetzt das Geld ausgeben für eine Wärmepumpe oder sowas. Aber es ist ja schon irgendwie blöd, weißt du, wenn du denkst, du kaufst dir jetzt eine Wärmepumpe und in zehn Jahren sind die Dinger viel besser und billiger. Ja, klar. Du bist dann gezwungen, ein Early Adopter zu sein. Also, ja, an jedem einzelnen Punkt dieser Umverteilungsmaschinerie kann der Staat ansetzen, um halt ein bisschen was zu drehen, um unterhalb einer gewissen Frustschwelle bei den Bürgern zu bleiben. Genauso funktioniert das ja auch bei der neuen Pflicht fürs Dämmen, neue Fenster und Solaranlagen. Also, wenn die Familie halt wenig Einkommen hat, dann gibt es halt das und jenes und Förderung und sich wird hier gestreckt und da die Dinger da auseinandergezogen, die Fristen. ja, und so wird man das hier wohl deichseln. Man wird unter der Frustgrenze bleiben. Der Staat setzt drauf, dass bis 2045 halt dann eine Reihe an Senioren verstirbt, deren Häuser von den Kindern geerbt werden und das halt einfach dann die jüngeren Leute dann froh sind, dass sie überhaupt eine Immobilie haben, weil eine neue kann sich ja fast niemand mehr leisten in vielen Gegenden und dann denken sich die halt die Erben, okay, ja, dann zahlst du halt Geld für diesen Schaumstoff oder halt diesen Styropor außen am Haus und baust eine blöde Wärmepumpe ein und das ist insgesamt natürlich dann wesentlich billiger, als wenn man jetzt da irgendwie eine Immobilie abzahlen müsste, eine neue oder sich eine existierende kauft für ein Vermögen, also da wurden ja Horrorzahlen genannt, die, was hieß es, in der Nähe von, also in der Nähe von Frankfurt so ein 120 Quadratmeter Reihenhaus Witzding hier 800.000 Euro, das heißt du brauchst irgendwie 200.000 Eigenkapital und müsstest du dann, glaube ich, der Bank pro Monat 3.000 Euro bezahlen, um halt den Kredit dann abzufinanzieren, ja, also das ist total gaga, ja, aber ich meine die, es ist immer mehr Leute oder immer mehr Leute haben immer weniger Kinder und deswegen verteilt sich das halt alles so ein bisschen und viele haben dann auch gar nicht mehr wirklich das Bedürfnis eben nach einem eigenen Haus, weil sie sich dann denken, wozu der Hassel, du hast sowieso keine Kinder und sowieso keine Familie, alles was zählt sind halt irgendwie so die Freunde, vor allem dann die Großstaaten, die coolen Clubs oder irgendwas und halt dein persönliches Umfeld und wenn du sowieso die meiste Zeit in deinem Büro dann rumsitzt, im Job oder mit deinen Kollegen dann abends noch, das heißt, du verbringst dann abends deine Zeit mit Kollegen, hast dann Drinks mit deinen Kollegen und verbringst eben keine Quality Time mit der Familie, weil du keine hast, ja, und dann ist natürlich dann der, 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 der Drang von vielen auch gar nicht so da, okay, ich will ein eigenes Zuhause, ja, aber je mächtiger die Leute, je, je einflussreicher und je weiter die Familien zurückgehen, umso krasser sind die Häuser. Größer, bessere Lage, mehr Kinder, äh, die machen genau das Gegenteil von dem, zu was sie uns halt drängen, ja, und, äh, fragen sich mal, ob ein Multimillionär oder jemand mit mehreren zehn Millionen, ob es oder Milliardäre, ob die leben wollen mit 17 Grad Raumtemperatur, oder wie die ihren Pool beheizen, wie viel Grad hat so ein Pool bei jemandem, der richtig Kohle hat, wahrscheinlich 30 Grad, äh, außen oder solche Sachen, ja, also das ist halt alles einfach eine, einfach eine ziemlich krasse Angelegenheit und, ähm, ja, also das heißt, wenn jetzt manche Leute politisch, das ist nur als Schlusswort, wenn manche Leute jetzt politisch dachten, oh, das ist eine fette neue Krise, die können wir jetzt ausnutzen hier und dann gibt's ein konservatives Revival, weil die Leute alle durchdrehen, so einfach ist es nicht, also du, die, die, ich hab mir das von Anfang an, als die Horrormeldungen kamen, oh, jede Oma verliert jetzt ihr Haus und, und jedes Haus hat jetzt, muss jetzt 150.000, jeder muss jetzt 150.000 Euro aufbringen und jetzt gleich und sofort und so, nee, 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 ähm, die werden das so deichseln, dass sie damit davonkommen, dass sie unter einer gewissen Frustgrenze bleiben, die haben Experten, die das alles designen können und, und die wissen, äh, wie weit sie es treiben können, ja, also das heißt, du kannst jetzt nicht warten darauf, dass jetzt wieder eine passende Krise kommt und schon haben irgendwelche Konservativen dann wieder Oberwasser, so einfach ist es nicht, sondern, äh, du musst die Bruchstellen finden in diesem gesamten, in dieser gesamten Klimaideologie, äh, es, es ist halt einfach nicht, die Wissenschaft ist da nicht so leistungsfähig, wie vorgegeben wird, also wenn du denkst, dass die, dass halt eben eine Computersoftware dann so weit in die Zukunft berechnen kann, äh, ich empfehle ihnen meinen Dokufilm unter der Hand, das militärische Wesen der Klimaforschung, also sie sollten sich das auf jeden Fall mal ansehen, ähm, um einen besseren Überblick zu bekommen über das Thema, die Klimaforschung geht zurück auf Wetterforschung, auf das Militär, sehr elitäre Kreise, also die höchsten Wissenschaftskreise, äh, britischer Adel, dann die American, äh, diese, ähm, diese amerikanischen Wissenschaftskreise, die auch immer verbunden waren mit dem Militär und so, ähm, auf die geht das letztendlich dann zurück, ähm, und, äh, da kann man eben ansetzen, das heißt, gerade im linken Sektor und so, die, die Leute hassen Imperialisten, die Leute hassen den Hochadel, die Leute hassen, äh, stinkreiche Ausbeute und wenn man denen halt dann eben mehr und mehr verklickern kann, wer das Ganze angeleiert hat, dann, ähm, kann man da wesentlich mehr erreichen und du kannst dann auch die Menschen mehr erreichen. Wenn du das einfach nur einteilst in links versus rechts und, und, ähm, dann, ja, dann wirst du einfach nicht genügend, äh, Empörung, äh, hier erzeugen und du wirst auch nicht genügend Empörung erzeugt bekommen durch Habeck oder welche Regierung auch immer dann später kommt, ja, das heißt, das ist kein Selbstläufer, du brauchst die besseren Informationen, nur auf dem Bereich Informationen kannst du konkurrieren mit halt den Obrigkeiten, weil, äh, die haben immer mehr Geld als du für irgendwelchen politischen Aktivismus, ja, also, äh, Informationen zählen da am meisten und, äh, darauf habe ich mich spezialisiert, also abonnieren Sie diesen Kanal, falls Sie es noch nicht gemacht haben, schauen Sie unseren Film an und, äh, holen Sie sich die passenden Bücher, die noch wesentlich ausführlicher sind unter shop.recenter.com Zeitung... ... ... Vielen Dank.